Heute sprechen wir über dumme Ausgaben, die dich jeden Tag ärmer machen können. In diesem Video werden wir neun finanzielle Verhaltensweisen erkunden, die, wenn sie nicht korrigiert werden, deine wirtschaftliche Stabilität gefährden können. Geldmanagement bezieht sich nicht nur auf Mathematik, sondern auch auf Psychologie. Oft treffen wir irrationale Entscheidungen, die unserem Geldbeutel schaden, ohne es zu merken. Es ist wichtig, die Gründe für dieses Verhalten zu verstehen und zu lernen, wie man sie vermeidet, um eine sicherere finanzielle Zukunft aufzubauen. In diesem Video werden wir untersuchen, wie diese Ausgaben unsere Spar- und Reichtumsbestrebungen sabotieren können. Und wir teilen praktische Strategien, um diese finanziellen Fallen zu vermeiden und eine solidere und sicherere finanzielle Basis zu schaffen. Wenn du also lernen möchtest, dein Geld besser zu verwalten und deine finanzielle Zukunft zu schützen, lade ich dich ein, bis zum Ende dieses Videos dabei zu bleiben. Wenn wir über die psychologische Sichtweise dummer Ausgaben sprechen, beziehen wir uns auf die mentalen, emotionalen und verhaltensbezogenen Prozesse, die die finanziellen Entscheidungen von Menschen leiten, insbesondere wenn diese Entscheidungen negative finanzielle Folgen haben können. Mit anderen Worten, das Untersuchen dummer Ausgaben aus einer psychologischen Perspektive bedeutet, die tieferen Gründe und inneren Dynamiken zu analysieren, die Menschen dazu bringen, falsche oder unüberlegte finanzielle Entscheidungen zu treffen. Dieser Ansatz berücksichtigt eine Reihe von psychologischen Faktoren wie die folgenden. Erstens, Impuls und sofortige Befriedigung, die Tendenz, momentan Wünschen und Impulsen nachzugeben, ohne die langfristigen Folgen zu bedenken. Zweitens, sozialer Einfluss, wie Menschen durch soziale Erwartungen, sozialen Vergleich und Gruppendruck beeinflusst werden, um Konsummuster zu übernehmen. Drittens, Gewohnheiten und Routinen, die Tendenz, über einen langen Zeitraum hinweg etablierte Verhaltensweisen zu befolgen, auch wenn sie nicht rational oder finanziell vorteilhaft sind. Viertens, emotionale Faktoren. Emotionen wie Angst, Stress, Traurigkeit oder Freude können finanzielle Entscheidungen beeinflussen und Menschen dazu bringen, mehr als nötig auszugeben, um Trost oder emotionale Befriedigung zu suchen. Fünftens, mangelndes Bewusstsein. Das mangelnde Bewusstsein für die eigenen Finanzen und die Konsequenzen der eigenen finanziellen Handlungen kann zu unüberlegten Entscheidungen und schädlichen Ausgabengewohnheiten führen. Das Untersuchen dummer Ausgaben aus dieser Perspektive ermöglicht es, die Motive hinter den finanziellen Entscheidungen der Menschen besser zu verstehen und effektive Strategien zu entwickeln, um gesündere und verantwortungsvollere finanzielle Verhaltensweisen zu fördern. Schauen wir uns nun gemeinsam die neun dummen Ausgaben an, die für deine gegenwärtige und zukünftige finanzielle Situation und deinen psychologischen Umgang mit Geld äußerst gefährlich sind. Erstens, Tabak, Alkohol und Drogen. Diese Laster schaden nicht nur unserer Gesundheit, sondern verbrennen auch einen Großteil unseres Geldes und halten uns in einem Teufelskreis aus Abhängigkeit und unhaltbaren Ausgaben gefangen. Zweitens, Glücksspiel. Wetten und Glücksspiele mögen wie harmlose Vergnügungen erscheinen, können sich jedoch schnell zu einem finanziellen Ruin entwickeln und unser Verlangen, immer mehr zu gewinnen, schüren. Das psychologische Problem hinter Glücksspielen liegt in der Kombination aus sofortigen Belohnungen, Ergebnisunsicherheit, Illusion von Kontrolle und emotionalen Auswirkungen, die dazu führen können, dass Menschen zwanghaftes und schädliches Spielverhalten entwickeln, das ihren Finanzen und ihrem psychischen Wohlbefinden schadet. Drittens, Prahlkäufe. Unsere Ersparnisse zu opfern, um Luxusgüter zu kaufen, nur um ein falsches Bild von Reichtum zu zeigen, ist eine Falle, in die viele Menschen tappen und die uns dazu bringt, Geld auszugeben, das wir nicht haben, um andere zu beeindrucken. Die psychologische Implikation hinter dem Opfern von Ersparnissen für den Kauf von Luxusgütern, um andere zu beeindrucken, spiegelt die Komplexität der sozialen Dynamiken, der Gründe für persönliche Befriedigung und des Selbstbildes wider. Dieses Verhalten kann durch eine Vielzahl von psychologischen und sozialen Faktoren beeinflusst werden, die die Kaufentscheidungen der Menschen und ihre Wahrnehmungen von Status und Erfolg beeinflussen. Viertens, Urlaub auf Kredit. Kredite für den Urlaub aufzunehmen, mag verlockend erscheinen, kostet uns jedoch letztendlich viel mehr als erwartet, lässt uns über unsere Verhältnisse leben und führt zu Schulden, die schwer zu tilgen sind. Das psychologische Problem hinter der Aufnahme von Krediten für den Urlaub ist komplex und umfasst eine Reihe von emotionalen, sozialen und verhaltensbezogenen Faktoren, die die finanziellen Entscheidungen der Menschen beeinflussen. Das Verlangen nach sofortiger Befriedigung, sozialer Druck, Illusionen von Reichtum und mangelnde finanzielle Planung können zu diesem Verhalten beitragen und langfristig negative finanzielle Folgen haben. Fünftens, teure Hochzeiten und Zeremonien. Ein Märchen-Hochzeitstraum kann sich in einen finanziellen Albtraum verwandeln, mit Ausgaben, die unser Budget stark belasten und uns mit der Sorge um eine finanzielle Last für viele Jahre zurücklassen. Das psychologische Problem hinter teuren Hochzeiten und Zeremonien ist in sozialem Druck, kulturellen Erwartungen, Emotionen im Zusammenhang mit Liebe und sozialem Prestige, dem Vergleich mit anderen und mangelnder langfristiger finanzieller Planung verwurzelt. Diese Faktoren können Menschen dazu bringen, irrationale finanzielle Entscheidungen zu treffen, die ihr finanzielles Wohlbefinden und auch den Erfolg der Ehe selbst gefährden. Sechstens, Luxusschmuck. Der Kauf teuren Schmucks mag wie eine Investition erscheinen, stellt sich jedoch oft nur als überflüssige Ausgabe heraus, die keinen Mehrwert für unser Leben bietet und uns auch dem Risiko von Diebstahl und Verlust aussetzt. Die psychologische Implikation hinter dem Kauf teuren Schmucks kann durch eine Kombination aus Statuswünschen, persönlicher Befriedigung, sozialer Konformität, emotionalen Investitionen und Sicherheitswahrnehmungen beeinflusst werden. Diese Faktoren können Menschen dazu bringen, finanzielle Entscheidungen auf Basis von Emotionen und subjektiven Wahrnehmungen zu treffen, anstatt auf rationalen und informierten Überlegungen. Siebtens, Markenkleidung. Hohe Summen für Markenkleidung auszugeben, mag glamourös erscheinen, ist jedoch letztendlich nur eine unnötige Ausgabe, die uns von unseren finanziellen Zielen entfernt. Der psychologische Aspekt hinter dem Kauf von Markenkleidung hängt mit einer Vielzahl von Motiven zusammen, die sich auf sozialen Status, soziale Konformität, emotionale Befriedigung, Selbstbild und Selbstwertgefühl, externe Bewertungen sowie den Konsumzyklus beziehen. Diese Faktoren können die Kaufentscheidungen der Menschen beeinflussen und sie dazu bringen, hohe Beträge auszugeben, die möglicherweise nicht mit ihren langfristigen finanziellen Zielen übereinstimmen. Achtens, Ratenkäufe. Ratenkäufe mögen im Moment bequem erscheinen, kosten uns jedoch auf lange Sicht viel mehr, da sie einen Teil unseres Einkommens jeden Monat über Monate oder in vielen Fällen Jahre hinweg auffressen. Der Ratenkauf spiegelt die menschliche Tendenz zur sofortigen Befriedigung, die verzerrte Wahrnehmung der Kosten, die Anpassung an den neuen Status Quo, die Emotionen im Zusammenhang mit dem Kauf und die geringe finanzielle Planung wieder. Diese Faktoren können Menschen dazu bringen, finanzielle Entscheidungen zu treffen, die, obwohl sie im Moment bequem erscheinen, langfristig erhebliche negative Folgen haben können. Bevor wir mit dem letzten und wichtigsten Punkt fortfahren, wenn du dieses Video nützlich gefunden hast, empfehle ich dir auch unser Video 5 Dinge, die du aus deinem Haus entfernen solltest, weil sie Armut anziehen, anzusehen. Den Link findest du in der Beschreibung. Lass uns weitermachen. Neuntens, Luxustechnologie. Geld für teure Gadgets und die neuesten technologischen Neuheiten zu verschwenden, mag wie eine gute Idee erscheinen, führt jedoch nur dazu, dass wir unnötige Gegenstände anhäufen und wertvolle Ressourcen verschwenden. Das psychologische Problem hinter dem Kauf von Luxustechnologie betrifft die menschliche Tendenz zum Verlangen nach Neuheiten, zwanghaftem Konsum, dem Bedürfnis nach Unterhaltung, mangelnder Wertbewertung und sozialer Konformität. Diese Faktoren können Menschen dazu bringen, finanzielle Entscheidungen zu treffen, die, obwohl sie verlockend oder befriedigend erscheinen mögen, negative Auswirkungen auf ihre finanzielle Gesamtsicherheit haben können. Es ist wichtig, dass du dieses Video bis zum Ende ansiehst, denn du wirst genau erfahren, wie du diese Ausgaben vermeiden und deine finanzielle Sicherheit verbessern kannst. Wir sind am Ende dieses Videos angelangt. Um unser Video, 5 Dinge, die du aus deinem Haus entfernen solltest, weil sie Armut anziehen, zu sehen, klicke jetzt oben rechts auf den Bildschirm. Wir hoffen, dass dieses Video dir geholfen hat, ein stärkeres finanzielles Bewusstsein zu entwickeln und dir zu helfen, informiertere Entscheidungen über deine persönlichen Finanzen zu treffen. Denke daran, dass Bewusstsein der erste Schritt zur Veränderung ist und du mit Engagement und Entschlossenheit eine größere finanzielle Sicherheit erreichen und deine wertvollsten Lebensziele verwirklichen kannst. Schließlich, denke daran, den Kanal Perlen der Weisheit zu abonnieren, um keine ähnlichen Inhalte zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald im nächsten Video.